Leute, wir sind hier wieder bei Fallen in der Fenster, sag ich schon. Achso, du bist hier dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, hier ein Bonus. Jetzt kannst du auch reden. Ja, hier ein weiteres. Autsch. Ein weiteres Bonuslevel aus dem Ha... Entschuldigung, das hat einfach so gut gespielt. Ja, jedenfalls korrekt. Hier mussten wir hin. Den Typ da... Ja, das ist einfach mal beiseite. Machen wir mal zur Sicherheit ein Safe State. Mir ist warm. Und es ist nicht so kalt. So, und dann gehen wir hier lang, und dann da lang, und dann da lang, und dann hier. Und dann versorgen wir es. Genau, habt ihr es gesehen? Gut. Falls ihr es nicht gesehen habt, zeige ich euch nochmal, wie man es nicht macht. Ich habe nicht hingekommen, um mich zu beruhigen. Ja, gut. Dann ne. Ja, ihr seht, die Münze haben wir schon. Gab gerade einen kleinen Fehler mit der Aufnahme, aber... Ihr habt es gesehen, wir haben es jetzt nochmal gemacht. Und ja, bis im nächsten Level. Bis gleich. Freiflugfässer heißt es jetzt an dieser Stelle. Und das ist einer der ersten Male, wo die Fässer runterfallen. Und hier ist ein Bonus-Level. Und mir ist warm. Und ihr schnappt uns jetzt 15 Bananen. Jedenfalls versuchen wir das. Weil es gibt eh keinen. Und ich glaube, ich versorst es heute am Anfang schon. Ah, diesmal schaffst du es, denke ich mal. Diesmal. Das hätten wir das schon mal probiert. Ich glaube, quasi schon. Ah! Jetzt gesehen, wie das gewollt war. Guck mal, wie ich die Bananen jetzt nicht eingesammelt habe. Ja. Da ist mein Finger wohl aus Versehen auf die F4-Taste abgerutscht. Du, ein Glück dabei. Wie Glück. Du hast doch gesagt, ich will Grinden üben. Ach so. Wo ist der? Der Bananen, ja. Der Bananen, um zu zu. Super, ja, tschö. Bananen, Fleck. Mmh, Bananen. So. Dann holen wir die da. Und dann holen wir die da nochmal, weil die gerade schon mal da war. Und dann holen wir die da oben jetzt nicht, weil da komme ich nicht dran. Natürlich bin ich nicht dran gekommen. Wo dann hingen die eigentlich? An dem Wasserfall. So. Nach 5. 4. Das schaffen wir von der Zeit her nicht. Das ist ein richtiges, beschissenes Bonus-Level, Leute. Das sage ich euch direkt. 2. Das schaffen wir nicht. Ja, ihr habt es gesehen. Okay, gleich nochmal. Das ist jetzt anscheinendbar ein bisschen glückabhängig. Oder ich habe mich einfach zu dumm angestellt. Das könnte auch sein. Aber es liegt ja wirklich. Ihr seht ja, wenn die Bananen hier in der Nähe liegen, dann klappt das. Ja, und wenn sowas passiert, dann bin ich einfach zu dumm dafür. Hm, ja. Die haben wir bekommen. Hier nehmen wir die anderen mit. Da holen wir das Ganze nochmal mit. Können die mal höher kommen. Ja. Ja. Die kriegen wir eh nicht da unten. Die kriegen wir dafür. Die kriegen wir auch. Guck mal, das ist aus der Zeit her viel zu knapp. Ja, aber es sieht gerade aktuell besser aus als vorhin. Ja, geschafft. Oh Gott. 55 bis gleich. Ciao. Und wir sind bei unserer Freundin, der Spinne oder dem Typ, keine Ahnung. Auf jeden Fall beim Alligator-Attentat. Und hier sind Bananen. Und was geben uns Bananen an? Zum richtigen Weg, wohin zum Bonus-Level, das beschossen wird. Genau. Schnappen wir uns doch einfach mal 15 Bananen. Weil in diesem Level, in diesem Level fehlt uns irgendwie alles. Und ich glaube, das haben wir schon gemacht, das Level hier. Kann das sein? Nein, ich meine nicht. Also ich war zumindest da nicht anwesend. Ja, das bist du häufiger nicht. Ja, aber du meinst nur geistig. Ja, sag ich ja. Äh, echt nett. So. Und ja, wie gesagt, hier fehlt es noch alles. Also sehen wir uns nochmal bei einem Bonus-Level, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall fehlt uns die DK-Münze noch. Und da sehen wir uns spätestens. Und die hatten wir noch nicht. Die hatten wir noch nicht. Sehr schön gemacht. 6,50 und 6. Und weiter geht's. Mit dieser Spinne im zweiten Bonus-Level der Welt. Ja. Alligator-Artenkass. Jo. Wenn du das dochst. Und was müssen wir machen? Ah, alles kaputt machen. Ich kann nicht schießen. Aha. Gesehen. Jahrelang Counter-Strike. Ja. Das sind die Waffen auch sehr ähnlich. Vor allem die Physik-Engine ist relativ ähnlich. Ja, so ja. Bam. Ey, der hat nicht getroffen. So. Ich hab mir vor wie so'n schlechten Ego-Shooter. So Quake für Super Nintendo oder so. Aber deswegen ist man ein ordinelles Bonus-Level, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber das Ding halt nicht ruhig. Ah, mir ist der Fuß eingeschlafen. Wo, wo, wo? Ich weiß nicht, wo die Münze ist. Sorry. Wahrscheinlich liegt die oben. Also, machen wir das Ganze nochmal. Jetzt wissen wir ja, wie's geht. Ne, so. Und dann so. Und dann so, dachte ich. Und dann so. Ja. Aha. So. Ich wollte schon sagen, ich werde aber nicht genau dazwischen schießen, oder? So. Ja, der kann auch nicht jeder so. Ah, das war, das war cool. Ah. Sieht besser aus diesmal. Wunderbar. Gesehen ja, das gesehen ja. Puff. Und fah. Ja, puff. Und gleich haben wir das Bonus-Level verkackt. So, wo haben wir sie denn? Aha. Ja, die Koffe. Wir sehen uns beim DK-Fass. Und tschüss. So, Squidder. Hau ab, Spinne. Hallo Stahlfass. Hallo Stahlfass. Und bevor ich das jetzt wieder versau, wie beim letzten Mal schon. Natürlich nicht. Warum haben wir das eigentlich versaut? Weil ich da gegen den Typ, glaube ich, gegen gelaufen bin. Das kann gut sein. Naja, jedenfalls, wir haben ja alles. Bis gleich. Bis dann.